So, Bogen wird sogar eingelagert schon. Das heißt, du könntest eigentlich mal wieder aus der Wolle, die wir haben, Wappenrücke herstellen. So, wir haben alles aufgedeckt, endlich. Juhu. Leider können wir die Karte nicht größer machen. Wir können uns aber hier über die Diplomatiekarte mal alles ansehen. Also ja, sehr viele Flüsse, die das Gebiet durchziehen. Da oben ein kleines Gebirge, hier ein paar Berge. So. Da stehst du einfach mal bei den, die an der Lage an. Dann setzen wir hier einen Wegweiser. Torklis erwachsen, Njoltis erwachsen, Hamgrimis erwachsen. So, Zivilisten, die erwachsen sind. Ab in die Kaserne mit euch. Noch ein Siegurt, der erwachsen ist. So, Bogenschütze. Bogenschütze 2. Bogenschütze 3. Mit Bier ausrüsten, Kaserne verlassen. Bogenschütze. Bogenschütze 2. Bogenschütze 3. Mit Bier ausrüsten, Kaserne verlassen. Bogenschütze, Bogenschütze. Bogenschütze mit Bier ausrüsten, Kaserne verlassen. Bogenschütze, Bogenschütze und Bogenschütze. Mit Bier ausrüsten, Kaserne verlassen. Ihr 2 kriegt den Turm. Ihr 2 kriegt den Turm. Ab in die Kaserne. So. Schwertkämpfer können wir nicht. Speerträger können wir aber. Speerträger 2. Speerträger 3. Die kriegen nicht ganz so einen Höhen-schönen Damage-Bonus. Aber. Sie sollten ausreichend sein. So. Bögen sind fertig. Ob's. Das hat er die nicht wegklicken brauchen. Naja. So. Ich denke hier mittig. Der letzte Wegweiser sollte reichen. Ja, reicht auch. So. Jetzt kannst du dir direkt für unsere Kaserne nochmal den Bau vollschlagen, bevor wir dich zum Speerträger machen. So. Wir haben noch ein Eisenbahn. Wenn wir wegsteht, steht schon länger leer. So. Du kannst wieder den Holzfäller machen. Ja. Du kannst trainiert werden. Das ist gut. So. Da ist unser Kundschaft da schon am Verhungern. So. Da wir fast 100 Bier im Hauptlager haben und ein Träger, das niemals alles tragen wird. So. So. Unsere letzten Straßen sind in Planung. Du futterst hier noch ein bisschen weiter. So. So. Jetzt änderst du deine Profession zur Zivilist und wirst zu unserem letzten Speerträger. gut. Gut. Ich denke, da wir das jetzt alles gemacht haben, soll ich speichern. Und nein, es gibt jetzt noch keinen Cut, keine Sorge. Okay. Aber ich werde jetzt dann anfangen. Oh, da liegt jeder vor dem Lager. So. Die schicke ich einfach mal irgendwo hin, dass du zum Händler wirst, richtig? Ja. Ja. So. Du nimmst das und das Lager und handelst erstmal Bögen. so. So. Völken sind unterwegs. Diplomatie ist noch gut. Ja. Die Frauen, die wandern immer weiter nach unten. Nein. Na ja, solange die Gelben nicht von unten kommen. Was ich bezweifle, weil sie wahrscheinlich den kürzesten Weg gehen werden, wenn sie mal angreifen. So. Die erste Ladung geht gleich in das Zelt von denen. Da dürften die anderen gleich sagen, dass sie angepisst sind, oder? So. Ihr magt es mit unseren Todfeinden Handeln zu treiben? Dafür werden euch unsere Krieger in die ewigen Jagdbünde schicken. Ah. Ich habe gesprochen. So. Langnasen. So. Nix mehr mit Feind. Gut. So kann man es auch machen natürlich, indem man ihnen einfach Bier gibt. Aber ja, wir haben schon mal unsere ersten vier Bögen gehandelt. So. Du findest jetzt doch kein Eisen mehr. also schmelzst du einfach wieder Eisen ein. Solange bist du kein... Ja, Waffenröcke. Ja, sehr viele Waffenröcke. So. Du arbeitest. Jeder war hier. Du brauchst einfach Bögen und Dinger. Also Bögen und Waffenröcke und Bier. So. Du kannst trainiert werden. So. Mal gucken, ob sie jetzt gleich wieder angepisst sind. Bis jetzt nicht. Nein. So. Das heißt, wir müssen noch einmal Bögen handeln. Und dann können wir beim nächsten Gang dann umswitchen auf Bier. Fischer-Zelt, Sammler-Zelt, Rollsfeder-Zelt, ein paar Wickwams. Da oben wahrscheinlich genau dasselbe. Fischer-Zelt, Jäger-Zelt, Halsfeder-Zelt, noch ein Fischer-Zelt. Du kannst trainiert werden. Okay. Ja, Ari vom Grundschafter zum Speerkämpfer. Und ja, der findet auch so noch Eisen, dass er einfach so holen kann. Gut, wenn wir irgendwann mal eine richtige militärische Mission hätten, dann müssten wir... Hm? Achso, du hast... Keine Ahnung, was für ein Problem du hattest gerade eben. Müssen wir wirklich... ...einen Schmelzer haben, der zwischen der Eisenmine und der Eisenschmelze hin und her pendelt? Und einen Schmied haben, der Waffen und Rüstungen schmiedet? Müssen wir wirklich... Ja, ich fener mich genau hier. Ich fühle mich schon an, ich... aber sonst läuft alles ganz gut geschirr haben wir noch genug auch schuhe ja die zehn bürger sind schon mal fertig also kannst du in zukunft bier liefern genau 1 2 3 4 5 6 7 warum auch immer du zu viel mitnimmst rundungs fehler gut dann würde ich aber mal sagen auch wenn wir jetzt bald am ende sind würde ich viel zu viel überziehen weil wir jetzt schon am überziehen sind also speicher ich hier und dann sehen wir uns gleich wieder ja